Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison, oder herzlich willkommen zurück zu unserem Beschwörungs-Circle. Mir ist tatsächlich was eingefallen. Wir hatten doch am Anfang so einen Stromausfall, als dieser Stromgenerator im Keller aus war, ne? So, und er will ja, dass wir diese rote Lampe haben. Und wir haben doch hier diese ganzen Zahlen. Und vielleicht, wenn wir den Strom abstellen... Ne, warte mal, wir haben hier gar kein rotes Licht. Aber vielleicht können wir im roten Licht, also mit Notstrom, irgendwas sehen, was wir jetzt nicht sehen können. Deswegen machen wir einmal den Strom aus. Dann haben wir ja wieder rotes... Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Also diese komische Kuckucksuhr, glaube ich nicht. Da war ja nix, ne? Oh, da haben wir absolut gar nix gefunden. Das heißt, wir gehen jetzt den Strom ausmachen und schauen dann nochmal nach, ob wir denn nicht vielleicht im Rotlicht irgendwas sehen. Okay. So, wir haben jetzt schon mal rotes Licht überall in der ganzen Wohnung. Ja, rotes Lichtviertel. Jetzt passt das auch, dass die Oma hier ständig nackig rumläuft. Die Türbär. Ich muss zur Fronttür gehen. Wo ist denn die Fronttür? Ne. Ist das... Ne, warte, da war ja noch dieser Werkzeugraum. Boah. Boah. Oh Gott. Oh, Oma in ihrem Element. Oh, Entschuldigung. Alter, hab ich mich erschrocken. Das ist sowas von perias. Ich will hier schon gar kein Foto mehr machen. Ey, wieso hab ich denn hier kein rotes Licht? Wo bin ich denn hier? Ich orientiere... Ah, da. Da haben wir wieder ein bisschen Licht. Eben mal ein bisschen an dem Weg orientiert. Ah, das Sofa ist weg. Die Tür geht auf. Das kann ja nur ein Zeichen sein, ne? Ich hab das Zahlenschloss jetzt immer noch nicht... Soll ich noch einmal zurücklaufen? Da flüstert wer. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen, bevor wir dahin wandern. Noch einmal an der Wand hier orientieren. Ich möchte nur gucken, ob diese Theorie mit dem roten Licht und den Zahlen stimmt. So. Das ist natürlich alles mega dunkel hier. Ekelhafte Atmosphäre. Und merke, im Dunkeln keine Kamera verwenden. Das haut mich jedes Mal aus der Bahn. So, wo komme ich hier dann? Hier klopft's. Ne, wir haben kein rotes Licht hier. Oh, ich hab gedacht, wir kriegen dann vielleicht das Zahlen... Äh... Den Zahlencode für das Schloss. Ja, und wieder eine lange Geschichte. Der Weg war umsonst. Ähm... Hier lang? Ja gut, dann gehen wir halt durch die Tür. Wo es geflüstert hat. Und schauen mal, was uns da als schönes, freudiges... Erwartet. Ich geh ja vom Besten aus. Da ich erst 73% des Spielstandes gespielt habe... Möchte ich behaupten, dass das nicht der Ausgang ist, den ich möchte. Aber ich hab ja auch noch mega viele Rätsel nicht gelöst. Wie zum Beispiel das Zahlenschloss. Aber ich glaube, das Ende vom Spiel ist, wir kommen hier nicht lebend raus. Was war denn das? Rosemary Lake. Wir werden dich missen, Mom. Deine Sohn. Ne, ich glaub auch, dass du hier nicht rauskommst. Henry Sherison. Wie Spiele haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 24 Grabtafeln. No smoking. Muss ich da reingehen? Oh. Okay. Ach, ich kann alle Knöpfe hier drücken. Jetzt hab ich die drei gedrückt. Na gut, fahren wir halt immer drei Etagen. Was zur Hölle? Ja, wir fangen bei der Eins an. Wir gehen jetzt systematisch von unten nach oben. Das sieht ja alles gleich aus hier, ne? Die Ausgänge. Überall ist so eine Säule. Es ist dunkel und es sieht recht groß aus jetzt hier. Kreuzung. Ne, es ist klein. Eins. Die Ebene? Ich meine, wofür sollen die Nummern sonst sein? Kann ich hier irgendwas... Oh, um Gottes Willen. Was war das? Also, der Fahrstuhl aber. Es hat gewackelt. Was hab ich gemacht? Ach, hier ist... Hier? Hä? Eins? War das jetzt, weil ich die Band... Also, ist das bei jeder Wand? Robert Hale. 1987. Aber ich kann hier nichts machen, ne? Ach, der dreht sich jetzt, warte mal. Also, bei jeder Wand. Aber... Aus welcher Sicht muss denn die Zahl stimmen? Weil der dreht sich ja nur im Kreis, ne? Ist das egal, was ich hier fotografiere? Jetzt haben wir die zwei. Drei? Wieso kriegen die eins nicht mehr? Es bleibt bei drei. Ah, so. Warte mal, wenn ich jetzt hier noch ein Foto mache, habe ich hier wieder die eins, ja? Da dreht sich nix. Drei. Vier. Wir gucken uns mal die anderen Ebenen an. Da muss doch irgendwo ein Tipp sein. Wir nehmen ein paar Fotos. Oh, ein Engel. Ein himmlischer Ort. Wollen wir die Etage hier nicht überspringen? Ich bin... Also, ich bin mir relativ sicher, sobald ich ein Foto mache... Ja. Ist hier auch ein Loch in der Wand? Okay, was auch immer da drin war, ist es weg. Ich möchte... Oh Gott. Das Licht... Das Licht ist angegangen. Ich möchte noch gar nicht so viele Fotos machen. Ich will erst mal gucken. Judith Hale. 1987. Judith Hale. Christian Pitner. 1902-1987. Ne, 37? Jetzt haben wir hier die Eins. Warte mal, wir haben hier die Eins, aber wir haben zwei Särge, ne? Der da ist verschwunden. Da ist jetzt auch nichts mehr, ne? Ne, der ist weg. Das heißt, wir haben zwei Särge. Können wir den auf zwei stellen? Hier. Drei. Aber drei haben wir ja nicht. Obwohl, wir sind auch in der zweiten Etage, ne? Eins. Jetzt wieder bei vier. Also ich krieg die zwei nicht. Okay, wir hatten ja drei. Der da ist verschwunden. Vielleicht noch ein rotes Foto oder sowas? Ne, ne? 88, 50. Linda Carter. Auch 50. Hier steht gar nichts drauf. 2000. Also wir hatten jetzt ein Sarg im ersten Level. Zwei im zweiten. Mal gucken, ob wir jetzt drei haben, aber wir haben ja immer nur drei Löcher. Und wir haben fünf Etagen. Also fünf Zahlen an der Säule einzustellen. Alfred. 98. Ich weiß noch nicht genau, was mir das sagen soll. Ein Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da reingucken will. Okay. 87. Drake Fletcher. Und hier ist gar nichts. Also hier sind auch zwei Särge. Zwei Särge. Und ich kann immer eine Zahl nicht einstellen. Und zwar die Zahl, auf dessen Level ich bin. Okay, sobald ich ein Foto mache, dreht sich das. In welcher Richtung ist kein Sarg? Jede Etage hatte bisher eine Seite kein Sarg, ne? So, jetzt haben wir hier die vier. Warte mal, das machen wir unten auch gleich nochmal. Dann haben wir die drei durch. Jetzt nur so eine These. Wir gucken einmal die fünf Etagen durch. Hier ist eine Kakerlake gewesen. Klar, wenn ich in die Richtung fotografiere, könnte ich eventuell... Ich bin auf Ebene zwei. Ne, okay, alles klar. Gut, das können wir schon mal vergessen. Eins. Also da ist ein Sarg drin. Hier ist einer drin. Und der ist weggekrabbelt. So. Jetzt bin ich auf eins. Geht der nochmal rüber, wenn ich... Ne, der bleibt auf eins. Okay. Und ich bin jetzt auf Etage zwei. Also einen noch tiefer. Fällt so Fahrstuhlmusik, oder? Dünn. Aber hier... ...habe ich nur das eine Loch. Hier haben wir Robert Hale. Römisch 3. Römische 3. Ist das das einzige mit einer römischen Zahl? So far, his left leg and three fingers have not been... It is... Okay, äh, drei. Zu weit. Das ist die zwei. Drei. Neue Theorie. Okay, und wieder hoch. Ebene zwei. Das ist gar nicht so schlimm hier. Ich habe mir das wesentlich schlimmer vor... Ja gut, ich will den Tag nicht vor den Arm blumen. Ich habe schon sehr oft gedacht, dass es nicht schlimm ist. Und dann kamen Momente, wo ich mir in die Hose gekackt habe. So, pass auf. Römische Zahl. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Da ist nix. Hier. JJ. Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Beim anderen Sarg habe ich da was übersehen. Da ist nur so ein Blatt unten dran, ne? Oh, da sind die Zahlen hier... ...drinne irgendwo. Wo? Achso, ich dachte, das wäre ein rotes Foto. Also, ich sehe jetzt keine römische Zahl weiter. Aber ich habe jetzt gedacht, das wäre es. Ich bin jetzt zweit die Etage. Also, auf der dritten war... Auf der ersten war die drei. Ja, erste Etage. Okay, also, ich brauche noch... ...ne römische Zahl. Könnte die hier noch irgendwo versteckt sein? Am Boden. Alter, der labert aber auch, ne? Vielleicht muss ich da zuhören, um auf die Lösung zu kommen. Warte mal, wenn der zu Ende gequatscht hat? Er sagt immer... ...the second victim. Wie hier die zwei? ...ne, kann ich auch nicht. Ich bekomme die... ...die drei. Ich muss mir mal die Fotos angucken. ... Der Sarg ist verschwunden. Siebenundachtzig. Kakerlake. Ah, ich komme nicht drauf. Also ich hätte jetzt gedacht, die römische drei. Dann hätte ich gedacht, die Anzahl der Särge. Aber ich komme ja nicht auf... Dann hätte ich ja da drei Särge, glaube ich. Hier zwei. In der ersten Etage ein. Aber ich kann auch durch die Fotos nichts sehen, ne? Das ist total verwirrend. Jetzt haben wir hier die vier. Was sagt der denn, wenn ich hier in der ersten Etage bin? Oh, keine Hinweise weiter, ne? Also hier hatte ich jetzt die drei eingegeben. The first victim. 75. Je nach Etage sagt er mir, dass wievielte Opfer das war. Hier ist es das erste Opfer. Das linke Bein und drei Finger sind nicht gefunden worden. Das war der 75-jährige Vater. Hat er den Namen gesagt? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. 87. Ist hier noch ein Geburtsdatum? Hier ist gar nichts. Was? 75. Nee. Hier steht nur ein Datum. das erste opfer war der eigene 75 jährige alte fahrt so das gesicht war nicht wieder zu erkennen körper in einzelte teile zerlegt left leg wurde nicht gefunden links dann wäre es die vier so wir gehen jetzt mal wir sind level 1 so wir gehen jetzt zwei ich will noch mal gucken was der da sagt ob der da irgendwie so rechte arm oder linkes nasenloch ist verschwunden oder irgendwas in der form mädchen hat beide beine amputiert also abgeschnitten während sie noch am leben war bei dem anderen war es das linke bein nur mal ausprobieren so jetzt gehen wir in die drei zwei was das ist Ich muss herausfinden, welche von diesen Grabtafeln, Särgen und Co. die Opfer sind richtig. Nichts mit links, rechts, geradeaus oder Bein hat gefehlt oder irgendwas. Warte mal, das erste Opfer war der Vater, ne? So, sie heißt Madison Hale, richtig? So, Sherryson, Hale, Robert Hale, so, also Left hatte ich ja hier richtig, ne? Ich hab ja da ein Foto gemacht, da ist die 4 gekommen, Robert Hale, das ist, glaube ich, der Vater. Da haben wir noch Patterson, Grayson, äh, Smisht und dann wieder ein Patterson, äh, Pattinson und ein McKenzie. Also sollten wir eigentlich safe sein, dass das links ist, ne? Das ist ja so kompliziert. Und aufwärts. Das ist total verrührend. Also wenn, wenn ich mal einen Tipp kriege, in der Form. So, jetzt ist es die Mutter. So, hier ist nichts drinne. Hier ist nichts drinne. Nein. Judith Hale. So, beim selben Jahr, ne? Okay. Dann können wir jetzt in Etage 3. Na gut, dass er nicht direkt die Klappe gehalten hat. Ihr wär am Arsch. Ich hätt gar nicht zugehört, das erste Mal richtig. Hier haben wir keinen Namen, also gehe ich davon aus, wir müssen herausfinden, er ist 27 Jahre alt geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er aussieht wie 27, ne? 99, 55, das passt nicht. Das hier, die Saufen, Fletcher. 27. Der ist 27 gewesen. Ich glaube, das Rätsel ist leichter, als ich dachte. Ebene 4. Oh, da waren, da waren, da waren, da waren, da waren, halt, stopp, wir müssen nochmal runter. Der Moment. Ja, 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 ja. Einmal noch tiefer. Das darf ich nicht vergessen. Paparazzi-Time. Hat gereicht, hat gereicht. So, jetzt können wir in die 4. Das wie damals, so als Jugendlicher, wenn man denn mal in der Stadt war, in der Größe, wo so Fahrstuhle waren und wenig Leute. Scheiße. Nein. Och, ich hab das Rätsel auch was gehabt. Wenn man die ganze Zeit hoch und runter gefahren ist. Einfach so. Und wieso hat der jetzt so gestockt? Wieso? In 13 Stücken wurde die gefunden. Äh, eine Frau. Eine Frau gefunden in 13 Stücken. Aber wir haben jetzt hier Kate-Louis Schmidt. Lynn Jamie. Rest in peace, my love. Ach doch, sie ist 35. Jetzt müssen wir hier alles kaputt machen. Das ist Vandalismus. Ich hoffe, hier guckt keiner. Alles cool. Noch hab ich mich nicht richtig erschrocken. Äh. Ja gut, hier haben wir nur ein Datum und Ashley Smith. 13 Stücken. Äh, Christian, das sind Männer. 35 ist die, richtig? So, passt das hier eigentlich nicht. Ne, warte. Ne, 13, 13 Stücke. Kann ja eigentlich nur hier drinnen sein. 1975. Oh, kriegen wir noch einen Tipp, wann sie das gemacht hat? Ah, nee, das ist George. George Brown. Das interessiert uns ja nicht. Wir suchen eine Frau. Das sind jetzt hier keine guten Tipps. Also, sie ist 35. Sie wurde in 13 Stücken gefunden. Madison hat sie, ähm, an der Haustür direkt abgestochen. Vielleicht durch die Fotos. Ja gut, das ist die letzte Etage. Wir könnten auch auf gut Glück in jede Richtung fotografieren. Ist das das einzige Schild ohne Alter? Warte mal. Hier ist ein Alter dran, ne. Hier drinnen. 52 bis... Kann man halt nicht sehen. Da liegt ja der, der Dings vor, der Stein, ne. Okay, das war richtig. Ja, ja. Wiedersehen. Ja, du auch. Wiedersehen. Ich wollte gar nicht stören. Oh, es hört nicht auf zu reden. Ich krieg Gänsehaut. Schnauze. Du. Ach, der Quatsch über den Lautsprecher. Ju, 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 ju. Du, was haben wir denn hier? Wir haben keine Nummern. Wir haben hier einen Spiegel. Ohne Spiegelbild. Mit einer Schlaufe, einem Stuhl. Sind wir in diesen... Na, wir sind nicht jetzt hier an dem Ritualraum, oder? Also so prinzipiell. Ach, wir haben hier Löcher. Also so eine, so eine Einkerbung. Ich hab's verstanden. Ich. Hier ist nix. Jetzt halt noch mal ruhig. So. Und jetzt wird mir hier irgendwas in Schrecken einjagen. Richtig? Jo, ju, 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 ju. Hier mal ich. Jo, ju, ju. Da war nix. Ich hab hier auch kein... Muss ich den Spiegel fotografieren? Warte mal, die Decke. Also die Säule ist es nicht. Die hab ich jetzt inspiziert. Einspiziert? Ein Schlüssel. Äh. Erdgeschoss? War da noch ne Tür? Schlüssel. Ah, vielleicht für eins der Zimmer mit der Uhr, oder was auch immer, ne? War ja ne gemütliche Fahrstuhrunde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Chili Vanilli, wa? Äh. Gibt's hier einen Notfallknopf irgendwie so? Hallo? Ich stecke im Fahrstuhl... Oh nein. Oh Gott. Ich hab grad gedacht, das Licht ist aus. Ist... Oh, oh, oh. Ich hab nen Schlüssel. So, dann können wir hier wieder rein. Schottendichtlicht an und ab geht's. Die ist vor... Ah. Ich muss ja durchs Dunkle hier. An der Wand orientieren. Bloß keine Kamera nehmen. Nicht die Kamera nehmen, Alter. Du findest dich im Dunkeln zurecht. Du kennst das Haus wie deine Westentasche. Boah, jetzt ist ja immer das Scheiß. Die Tür, wieder ran. Gott. Ich wollte grad sagen, Alter, enttäusch mich nicht. Schön. Also, wir haben Licht. Ist alles cool soweit? Alles cool. So, Schlüssel. Aha. Wie viele verschlossene Türen hab ich noch? Ich hab die, die da hinten... Beine. Einmal hier von Papa den Raum. Oh, das geht auch nach unten. Also, die hier und den Raum von Pfadern. Und den anderen Raum. Die fällt aber oft vom Dachboden runter. Alles klar, Leute. Ich würd sagen, wir hatten eine angenehme Chillige... Naja, Chillige. Also, es war okay. Wir hatten eine gute Fahrstuhlrunde. Haben das Rätsel relativ leicht gelöst. Das hätte ich mir komplizierter vorgestellt. Äh, ja, nee. Also, würd ich sagen, nächstes Mal gehen wir hier runter. Inspizieren den Raum und gucken, was der irgendwie für Überraschungen mit sich bringt. Hoffentlich nicht die Oma. Oder diesen verrückten Damm, dieser komischen Gasmaske, der mich immer abgestochen hat. Ihr seid das nächste Mal mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.